Lauchemmer war am 24. und 25. Juni Austragungsort des 7. Seenland-Pokalturniers im Damenfußball. Nach der Eröffnung durch Schirmherr Bürgermeister Mirko Buhr gingen der Pokalverteidiger aus Spitzkunnersdorf, die Damen von Dukla Prag, dem Magdeburger FFC Chemie Leipzig, Fortuna Dresden, sowie die Lokalmatadoren vom FSV Glück auf Priesgesenftenberg und FC Lauchemmer ins Rennen um den Zockerpokal. Ein weiterer Höhepunkt war das Spiel der Bundesliga-Auswahl Ost-Ü40 gegen ein Lauchemmeraner-Prominententeam, das die Profis mit 13 zu 3 für sich entschieden. Im Finale standen sich am Sonntag die BSG Chemie Leipzig und der Pokalverteidiger TSV Spitzkunnersdorf gegenüber. Mit einem 3 zu 1 Sieg ging der Pokal erneut nach Spitzkunnersdorf. Die Lauchemmeranerinnen ertämpften Platz 5 und die Briska-Frauen bildeten das Schlusslicht. Die Lauchemmeranerinnen und Rennen